Im letzten Video haben wir darüber geredet, wie jedes Atom unbedingt acht Elektronen haben möchte. Genau acht Elektronen, und zwar in seiner äußersten Schale. Das ist die stabilste Konfiguration für Elektronen, die es gibt. Und diese Tatsache, die ist beobachtet worden in der Natur. Und ausgehend davon können wir jetzt einfach mal schauen, was in verschiedenen Gruppen des Periodensystems passiert. Mit Gruppen meinen wir einfach Spalten, beispielsweise diese Spalte hier. Die hat einen besonderen Namen, und zwar diese Gruppe, die hier heißt Edelgase. Und was haben nun die Elemente in einer Gruppe gemeinsam? Was haben die Elemente in einer Spalte gemeinsam? Im letzten Video haben wir ja gesehen, dass jede Spalte die Atome die gleiche Anzahl von Valenzelektronen haben. Beispielsweise diese hier, das sind die Alkali-Metalle. Die haben einen Elektron in der äußersten Schale. Na gut, also Wasserstoff ist jetzt nicht unbedingt ein Alkalimetall. Und es will auch nicht unbedingt einen Elektron weggeben. Es ist ja das Einzige, was es auch hat. Es ist auch nicht wie ein Metallwasserstoff. Und wir reden also mehr über andere Stoffe wie Lithium, Natrium. Und allgemein betrachten wir Metall ja etwas, was glänzt oder was auch Strom leitet. Diese Gruppe hier, das sind die Erdalkali-Metalle. Die zweite Spalte heißt, das sind die Erdalkali-Metalle. Das sind diese hier. Die haben zwei Valenzelektronen. Die haben zwei Elektronen in ihrer äußersten Schale. Und jeder will also zu acht kommen. Und diese hier möchten also sozusagen, die möchten natürlich nichts hinzufügen. Die müssten ja quasi sechs hinzufügen. Die hier oben wollen was hinzufügen. Aber die hier wollen lieber Elektronen loswerden. Das ist einfacher für die. Das Wasserstoff, die erste Spalte, die müssen nur eins weggeben. Die Erdalkali-Metalle müssen natürlich zwei Elektronen abgeben. Und diese hier, die sind insgesamt relativ selten auch, muss man sagen. Und sie kommen auch deswegen nicht alleine, also in atomarer Form vor. Also sie geben also ihr einen Elektronen relativ leicht ab und binden sich dann einfach mit anderen Stoffen. Deswegen kommen sie kaum in ihrer reinen Form vor. Und sie reagieren also relativ schnell. Die hier sind immer noch relativ reaktiv, aber nicht so stark wie die Alkalimetalle. Und sie sind zwar relativ nah an ihrer stabilen Konfiguration. Aber diese hier, die Erdalkali-Metalle, sind ein bisschen weiter von ihrer idealen Konfiguration entfernt. Der Aufwand ist also ein bisschen größer, um zu ihren acht Elektronen zu kommen. Und also diese hier, die hier in der nächsten Gruppe, die nennt man die Übergangsmetalle. Die, bitte denkt auch daran, dass die erst ihre D-Unterschale rückwärts auffüllen. Die haben also alle, auch alle, die hier, in der vierten Periode geht es ja los, alle haben, alle, die hier drin stehen, haben also zwei Elektronen in der äußersten Schale. Und die füllen eben erstmal ihre 3D-Schale auf. Und die ist ein bisschen weiter innen. Und in ihrer äußersten Schale haben sie sozusagen nur zwei Elektronen. Und deswegen ist es auch so, dass diese Übergangsmetalle auch alle zwei Elektronen verlieren wollen. Und jetzt erkläre ich das mal so, das ist nicht so ganz chemisch oder physikalisch korrekt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, die haben eine Art Reserve, haben die, nehmen wir beispielsweise mal das Eisen. Das Eisen hat also zwei Valenzelektronen. Und wenn sie diese zwei Elektronen dann loswerden, haben sie quasi so eine Art Reserve in ihrer D-Unterschale. Und aus dieser Reserve können sie sozusagen immer noch neue Elektronen dann auch nachliefern. Diese 3D-Unterschale hat einen höheren Energiezustand. Deswegen kann man das nicht einfach so sagen, dass die die ersetzen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so in Gänsefüßchen. Für euch, merkt euch bitte einfach, dass auch diese Übergangsmetalle sehr, sehr gerne ihre Elektronen eben abgeben. Und ja, stellt euch vor, na gut, ich habe diese zwei Elektronen in der äußersten Schale, aber ich habe quasi noch viel, viel mehr Elektronen, die kann ich euch immer noch geben. Und was dann passiert bei diesen Übergangsmetallen oder auch bei den Metallen, übrigens die Metalle, das sind diese Grauen hier, die zeichne ich euch mal ein, die haben also so unheimlich viele Elektronen, die sie hergeben können. Und sie haben eine voll aufgefüllte D-Schale und vor allem in der elementaren Form sind es ganz, ganz, ganz typische Metalle. Und beispielsweise nehmen wir mal Aluminium und diese, zum Beispiel Aluminium, dort gibt es einfach sehr, sehr viele Elektronen und Aluminium, da wären es beispielsweise drei. Und Aluminium gibt also einfach, kann also drei Elektronen abgeben. Und wenn die Elektronen, dann, wenn die die abgeben, dann ist es eine Art Elektronensee, der außen, der außen um das Atom außen rum ist. Und die Atome geben quasi alle Elektronen ab. Dadurch sind die Atome auch positiv geladen, sind positiv geladen. Und die Elektronen und die Atome ziehen sich dann wieder gegenseitig an. Und das ist der Grund, weshalb Metalle auch gute Stromleiter sind, weil ihr wisst ja, Strom ist nichts anderes als Elektronen, die sich bewegen. Also diese Elektronen hier in der Mitte sind sehr, sehr, sehr gute Stromleiter. Der aller, allerbeste Stromleiter ist übrigens das Silber. Das ist hier unten. Und weshalb wir das in unseren Stromleitungen nicht haben, ist klar. Es ist viel teurer und es ist viel schwieriger, das Silber zu finden. Deswegen nennt man das Kupfer. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Orbital aufgefüllt worden ist, dann ist es relativ stabil. Und diese hier haben quasi eine ganze Menge von Elektronen zusätzlich, die sie dann eben sehr gerne hergeben. Und das ist der Grund, weshalb die Metalle, vor allem die Übergangsmetalle, sehr, sehr gute Leiter sind. Und sie heißen Transitionsmetalle, weil sie ihren D-Block zunächst auffüllen. Und ja, es ist ein bisschen komisch, dass die Übergangsmetalle heißen. Es sind eigentlich ganz, ganz typische Metalle, vor allem das Eisen. Und Eisen ist eigentlich das ganz typische Metall. Aluminium ist natürlich eigentlich nicht so ein Metall, aber auf der chemischen Klassifikation ist es genau andersherum. Da ist Aluminium eindeutig ein Metall und Eisen ist ein Übergangsmetall. Also es geht hier weiter mit 4, 5, 6, 7 Valenzelektronen. Und diese hier haben also drei Elektronen in der äußersten Schale. Für die ist es immer noch ein bisschen einfacher, die Elektronen loszuwerten, als fünf aufzunehmen. Und es gibt vielleicht mal Situationen, wo das Aluminium fünf Elektronen aufnimmt. Aber es ist recht selten. Und das ist der Grund, weshalb die Übergangs, die echten Metalle eben hier sind. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, dass das hier unten breiter wird. Und nehmen wir beispielsweise mal Blei. Das ist ganz unten mit 82. Das ist aber immer noch ein Metall. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dieses Atom ist so riesig groß, dass die äußerste Schale so weit weg ist vom Atomkern, dass es eigentlich ganz gern die Elektronen weggibt. Beim Kohlenstoff ist es anders. Da sind die Elektronen ganz nahe am Kern. Und deshalb ist es da ganz, ganz schwierig, Elektronen abzugeben. Deswegen nimmt der Kohlenstoff eigentlich immer Elektronen auf. Das Gleiche ist bei diesen anderen, beim Stickstoff und beim Sauerstoff. Die wollen dann eben immer die Elektronenkonfiguration von dem Edelgas bekommen. Diese hier, das sind die Nichtmetalle und die nehmen auf jeden Fall Elektronen an. Diese hier, diese gelbe Spalte hier, die sind sehr, sehr reaktiv. So ein bisschen wie die Alkalimetalle. Und diese Gruppe nennt man die Halogene. Genauso wie ihr es aus den Halogenlampen kennt. Und das ist also kein Fehler, sondern das heißt schon absichtlich so. Über Halogenlampen könnte man aber ein extra Video jetzt machen. Und hier drüben kommen die Edelgase. Was ist da jetzt interessant daran? Also ich habe ja schon gesagt, die haben acht Elektronen in eurer äußersten Schale, außer Helium. Das hat ja nur zwei. Ich kann gar nicht acht haben. Helium hat ja 1s2. Und das hier hat 1s2 und 2s2. Und 2p6 hat also sozusagen acht Elektronen in der äußersten Schale. Argon ist genauso. Wie sieht es in der äußersten Schale aus? 3s2, 3p6. Krypton hat 3s2, 3p6 und hat auch 3d-Elektronen. Denkt bitte dran. Aber die haben gemeinsam, dass sie alle acht Elektronen in der äußersten Schale haben. Und damit sind die sehr, sehr glücklich. Und es passieren also diese ganzen chemischen Reaktionen passieren bei den Edelgasen eben nicht. Und diese Edelgase sind total unreaktiv. Die reagieren also nicht mit ihrer Umgebung. Der Grund dafür ist, sie geben keine Elektronen ab und oder nehmen auch keine auf. Ihr könnt euch vielleicht an die Zeppelin erinnern. Diese großen Zigarren, die waren am Anfang mit Wasserstoff gefüllt. Wasserstoff ist sehr, sehr reaktiv und ist also gefährlich. Und deswegen mögen eigentlich Clowns oder an Kindergeburtstagen mag man eigentlich keinen Wasserstoff. Aber Helium ist ein Edelgas. Das reagiert überhaupt nicht. Und deswegen kann das auch nicht explodieren auf einer Kindergeburtstagsparty. Ich denke, die Sache ist relativ klar. Und im nächsten Video reden wir jetzt einfach nochmal über Trends im Periodensystem. Und im nächsten Video reden wir jetzt einfach über Trends im Periodensystem.